Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Tobaka. Weiter geht's mit Disco Elysium. Wir stehen in der Mitte des Tribunals. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, die ich jetzt erst sehe. Ich kann uns noch einen Fähigkeitspunkt geben oder sogar zwei auf die Auge-Hand-Koordination, damit dieser Schuss klappt. Die Rhetorik ist, glaube ich, jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, ihn zu überzeugen, wäre schön. Ein Argument. Aber wenn wir uns da zwei Punkte geben, sind wir bei 40 vielleicht. Vielleicht bei 53 oder sowas. Ich glaube, das wird nichts. Das heißt, die Auge-Hand-Koordination muss es richten. Wir müssen es schaffen, ihn zu erschießen. Wir haben jetzt schon 72 und ich gebe mindestens noch mal einen Punkt obendrauf. 83. Geben wir unseren letzten Punkt, um hier auf eine 90 zu kommen? Ich glaube, ja. Das muss klappen. 92 Prozent. Liebe Leute, das sollte ja wohl hinhauen. Was dann danach passiert, ist eine ganz andere Frage und mehr Punkte haben wir jetzt nicht. Also. Wir erschießen Korte näher. Hoffentlich. Das war grün. Gegenstand verloren, 9 Millimeter Kugel. Das war unsere einzige Kugel, glaube ich. Eine Wolke von Rauch und Feuer entlädt sich aus der Waffe. Deine Hand ist von der Explosion wie betäubt. Du blickst durch den Rauch, der aus dem Lauf emporsteigt oder du siehst Korte näher an. Ähm. Na, wir schauen Korte näher an, natürlich. In seiner Wange ist ein Loch. Blut schießt heraus, während er mit zornerfülltem, fassungslosem Blick nach hinten taumelt. Gurgelt. Etwas Unverständliches murmelt. Zu deiner... Was? Jetzt ist Action überall. Zu deiner Rechten hebt der Killer sein Gewehr und nimmt dich ins Visier. Seine Bewegungen sind ruhig, aber der lange Gewehrlauf schwankt langsam hin und her. Kim, wo ist Kim? Du blinzelst. Oder 58 Prozent wieder. Reaktionsvermögen. Da ist es. Nicht Gewandtheit, sondern Reaktionsvermögen. Hätten wir uns noch was anderes anziehen können. Aber gut. Kim, wo ist Kim? Aus dem Augenwinkel siehst du, wie der Lieutenant seine Pistole hebt und auf Ruth zielt. Du blinzelst und denkst nach. Nein, wir blinzeln nicht. Wir weichen dem Schuss aus. Hoffentlich. 58 Prozent, meine Herren. Wir probieren's. Ja. Du springst nach links. Ein Schwarm von wütendem Blei saust wenige Millimeter seitlich an die Hand. Geh vorbei und reiß dabei ein Stück deines Mantels heraus. Es ist nur ein Hauch einer Berührung. Herrlich. Ich lebe noch. Mich kann man nicht töten. Ich bin unsterblich. Oder hör auf, auf mich zu schießen. Nein, wir werden sagen... Ich befürchte, dass es vielleicht in die falsche Richtung geht, aber wir bleiben rollenspielgerecht. Mich kann man nicht töten. Ich bin unsterblich. Der Mann neigt seinen Kopf und versucht durch den lichter werdenden Rauch etwas zu erkennen, um den nächsten Schuss abzugeben. Vorsicht. Links von dir wird DePaul auch gleich eine Kugel abfeuern. Auf Kim. Gott, bitte. Der Lieutenant spricht leise mit gefasster Stimme. Er zielt mit fahlem Gesicht. Dann erklingen zwei Schüsse. Gleichzeitig. Eine aus der Pistole des Lutents. Der andere aus DePaul's. Sie ist auf den Lieutenant gerichtet. Verfehlt ihn jedoch. Hinter dir vernimmst du einen Schrei. Der einen blutet's. Kim, hat er den Schützen getroffen? Aus den Augenhöhlen des Helms schießt Blut, als Ruth desorientiert rückwärts taumelt. Die aus seinem Helm herrührenden Geräusche hören sich kaum menschlich an. Dem Lieutenant ist ein unfassbarer Schuss gelungen. Okay, aber wer hat geschrien? Hinter dir stirbt Glenn in einer Blutlache. Sein zerfetzter Rumpf weist zwei Schusswunden auf. Blut schießt aus ihnen heraus, wie aus zwei roten Gesieren. Du siehst, wie dich zwei rasende Augen anstarren. Durch den Rauch und die Panik. Der Mann, dem Blut aus dem Gesicht strömt, zielt mit seiner Pistole auf dich. Dann drückt er den Abzug. Wir haben nochmal Reaktionsvermögen. Drei Prozent. Ei, 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 du weißt dem Schuss aus, wird nicht klappen. Unmöglich. Du siehst ihm in die Augen. Ich sehe ihm in die Augen. So sieht Rache aus. Eingerahmt von Blut und bebenden Lippen. Das wird seine letzte Handlung auf Erden sein. Und er wird es durchziehen. Er wird dein Ende sein. Hier kommt er. Der Tod. Ich glaube, ich weiche auch nicht mehr aus. Ich habe gerade gerufen, ich bin unsterblich. Aber wir lassen es jetzt geschehen. Weil, was soll das? Dann, mit stolz geschwellter Brust, schießt er uns offensichtlich in den Rücken. Du blinzelst nur. Dann explodiert etwas in deinem Becken. Dein kompletter Unterkörper brennt und deine Beine können dich nicht mehr tragen. Wie eine Stoffpuppe kippst du um. Der Schmerz ist zu heftig, um noch zu schreien. Er drückt dir die Luft aus den Lungen. Alles wird schwarz. Ein trüber Schleier in der Ferne, als du darin versinkst. Du horchst durch die Dunkelheit und den Schmerz. Die Hardy Boys schreien, kämpfen, sterben. Jemand springt über dich hinweg. Schüsse in der Nähe bringen Glas zum Bersten. Aufhören, schreit Gart. Der Bulle beschützt den Bullen. Er wurde niedergeschossen, sagt Titus. Du berührst deinen Unterkörper. Er fühlt sich warm und glitschig vom Blut an. Der Schmerz ist zu stark, um genau zu wissen, was hier passiert ist. Es verlangt dir alles ab, nicht die Besinnung zu verlieren. Welche Teile meines Körpers sind fort? Das meiste von dem, was da unten ist. Ist mir egal. Scheiß drauf. Dort, wo die Kugel eingeschlagen ist, kannst du außerdem den Knochen fühlen. Etwas sehr Spitzes, wie zersplitterte Zähne unter deinen Fingern. Du versuchst, die Augen zu öffnen. Was sehe ich? Nichts. Eine andauernde Dunkelheit. Tanzende Lichter des Schmerzes, die in der Ferne Schatten werfen, wie eine Aufführung direkt aus der Hölle. Sie verbluten. Mitten darin erscheint eine Silhouette, die über dir kauert. Eine vertraute Stimme voller Dringlichkeit und Angst. Keiner feiert mit mir. Keiner unternimmt etwas mit mir. Der Wolf ist an der Tür, Kim. Er will die Sonne fressen. Rasant leben, alt sterben. Ich erinnere mich an alles. Kim, ich habe gelogen. Da ist so etwas wie ein weißer Schatten, der nach Aprikosen riecht. Es ist immer da. Sprechen wir nochmal von unserer Frau. Wir haben doch öfter gesagt, es geht um die Liebe. Also los. Da ist so etwas wie ein weißer Schatten, der nach Aprikosen riecht. Es ist immer da. Bleiben Sie bei mir, sagt Kim. Du spürst, wie dir brennend heiße Tränen aus den Augen schießen. Ich hätte sie nicht anrufen sollen. Sie hätte ihre Liebe zu mir wieder entdeckt, aber ich habe sie angerufen und jetzt ist alles vorbei. Oh Gott. Ich hätte sie nicht anrufen sollen. Jetzt hasst sie mich. Ja, reden Sie weiter. Der Lieutenant rückt fest auf deine Wunde. Hören Sie mich. Wach bleiben. Aber das kannst du nicht. Es ist so mühevoll. Deine Augenlider werden schwer und die Geräusche entfernen sich immer weiter. Eine Kälte überkommt dich. Auch der Lieutenant befindet sich jetzt irgendwo in der Ferne. Beinahe verschwunden, aber da. Plötzlich nimmst du etwas hinter ihm wahr. Ein schlanker, weißer Schatten ragt empor. Jemand steht dort, zeigt mit der Pistole auf ihn. Der Lieutenant sieht sie nicht. Er drückt mit beiden Händen auf deine Wunde. DePaul steht da. Schnell, schrei ihn an. Er wird sterben. Wir brauchen eine mittlere Autoritätsprobe mit 42%. Und Kim vertraut uns überhaupt nicht. Deswegen haben wir zwei Minuspunkte. Jetzt kriegen wir die Quittung dafür, dass wir ihn so oft hängen gelassen haben, dass wir uns dem Faschismus gewidmet haben. Wir haben eine 42% Chance. Ey, ist das fies. Nein, Kim. Probe erfolgreich. Nein, sagst du und gibst ihm deine Waffe. Deine Hand zittert, deine Augen sind angsterfüllt. Mehr braucht es dafür nicht. Zögern kommt jetzt nicht in Frage. Der Lieutenant bewegt sich wie eine Feder, die nach oben schnellt. Er reißt dir die Waffe aus der blutigen Hand und feuert hinter sich. Du hörst einen schwachen Schrei, den einer Frau. Dann verstummt das Geräusch, als hätte jemand das Tonband gestoppt. Die Frau ist fort, genau wie Kim. Dann die ganze Welt. Völlige Dunkelheit bricht über dich herein. Das ist der Tod. Noch eine Tür, Baby. Noch eine Tür. Alter, das ist so eine krasse Szene, ey. Die war schon beim ersten Mal krass. Sie wird nicht weniger krass beim zweiten Mal. Ah, nein, lass mich weiter kämpfen. Kämpfen? Hier gibt es keinen Kampf. Der Kampf ist vorbei. Er wurde verloren. Vor 1000 Jahren. Du liegst schon ewig hier. Fall weiter hinab. Tiefer. Geh durch die Tür. Er geht nicht hindurch. Sein Körper geht nicht hindurch. Meine Güte, nein, er zerfällt nicht. Stattdessen schwillt er an. Stundenlang im Schmerz. Er jammert im Schlaf. Und rottet vor sich hin und wird desinfiziert und riecht nach Drogen und fühlt die Spucke in seinem Mund. Dämmert unter dem Einfluss von Schmerzmitteln dahin. Schlägt in seinem schmerzvollen Schlaf um sich. Er kann nicht gehen. Nicht bevor der Fall nicht gelöst ist, sagt die Willenskraft. Da ist ein Rundfunkgerät in der Ferne. Ein Empfänger der Welt. Er gibt Geräusche von sich. Guten Morgen, Elysium. Bald wirst du auf die Welt zurückkehren. Du hast Durst. Greifst nach dem Wasserglas neben dem Bett. Die Welt ist noch da. Finde etwas mehr Schlaf. Stunden werden zu tagen. Bald wird er wieder aufstehen und es wird wieder und wieder durchmachen. Endlich wissen wir, was diese Höllenmaschine da draußen war. Die Kriegsfanfare. Er war es. Er ist die Höllenmaschine. Er hört nie auf. Es wird nur immer schlimmer. Unter der orangenen Jacke erkennst du den vertrauten Umriss des Lieutenants. Vor Schmerzen siehst du ihn erst doppelt. Dann dreifach. Kaum der Rede wert. Ihr seid am Leben. Nur das zählt. Kim? Auftrag abgeschlossen. Kehre ins Whirling in Rags zurück. Das ist unser altes Zimmer wahrscheinlich. Allerdings ist das Bett... Naja. Gut, wir haben 70 Erfahrungen gewonnen. Sunrise Parabellum, sagt der Lieutenant. Er steht in der Mitte eines vor kurzem sauber gemachten Zimmers. Der Deckenventilator über seinem Kopf wirkt wie ein Heiligenschein. Sein Gesicht ist mit blauen Flecken übersät. Was haben sie gesagt? Sunrise ist schön. Aber am besten finde ich Kim. Die Pissjacke. Haben sie die ausgezogen? Ja, erwidert er. Der Witz war nicht mehr lustig. Ich habe sie ausgezogen. Okay. Was haben sie gesagt? Sunrise? Sunrise Parabellum. Sonnenaufgang. Rüste dich für den Krieg. Das ist ein altes Sprichwort der Revolutionäre. Steht das dich auf deiner... Meine Waffe. Das ist auf ihr eingraviert. Sie hat ihnen gute Dienste geleistet. Ist heute... Krieg? Die Tore am Hafen sind zugenagelt. Die Straßen sind ein wenig leerer. Ich kann erleichtert sagen, dass die apokalyptische Gewalt noch nicht losgebrochen ist. Er sieht aus dem Fenster. Möglicherweise haben wir sie abgewendet. Zumindest vorerst. Er öffnet den Reißverschluss seiner Fliegerjacke. Gerade so. So ein Pech. Ich glaube, ja, wir können wieder anfangen, Quatsch zu machen. So ein Pech. Pech. Ganz ehrlich, ich will, dass diese Gesellschaftsordnung sofort in sich zusammenbricht. Das ist das Ende und ich spiele seine Fanfare. Kim, je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Ein Pech, dass all die Hunden und Verräter nicht weggespült wurden. Es ist, als würde ich leiden, ohne zu wissen wofür. Sie verstehen mich falsch. Ich habe das anders gemeint. Disco-mäßig. Also entweder wollen wir, dass die Gesellschaftsordnung jetzt in sich zusammenbricht oder... Nein, sie haben mich falsch verstanden. Ich habe das anders gemeint. Disco-mäßig. Cool, sagt er. Autsch. Es ist noch keine Zeit für Autsch. Sie haben erst vor einer Stunde eine Droamin-Tablette genommen. Okay, dieses Zimmer ist sauber. Herr Gart hat es sauber gemacht. Es hat ihnen einen ganzen Tag gekostet. Wie lange war ich weg? Zwei Tage. Mehr oder weniger weg. Sie waren wach genug, um Droamin zu nehmen und zu fluchen und Wasser zu trinken. Was ist passiert? Und was passiert ist, sie haben dem Major ins Gesicht geschossen. Das hat zu einem Feuergefecht geführt. Ist er tot? Ja. Du bist ein echter Mörder, Harry. Ich bin ein Mörder. Sie sind ein Officer der BMA. Er fährt fort, ohne auf eine Antwort zu warten. Als Vergeltung hat ihr Schütze versucht, sie zu erschießen. Er hat verfehlt oder sie sind zur Seite gesprungen. Ich bin zur Seite gesprungen. Dann habe ich ihn angeschossen, als Glenn eine Kugel in die Wirbelsäule bekommen hat. Er nickt. Sie war für mich bestimmt. Glenn hat nicht überlebt. Er macht eine Pause. Titus, der dicke Angus und Theo sind vorgeprescht. Angus und Theo haben es nicht geschafft. Sie sind beide gestorben, bevor sie in der Notaufnahme angekommen sind. Genau wie Elaine und der Musiker. Sein Name ist mir entfallen. Eugene? Ja. Er ist auch noch am Leben. Du nickst. Zu dem Zeitpunkt waren Sie am Verbluten. Ich glaube, Sie haben etwas über Ihre Frau gesagt und Sie haben mich gewarnt. Ich konnte eine von Ihnen entwaffnen, DePaul, bevor sie mir zuvorkommen konnte. Ich habe sie getötet. Der Lieutenant nimmt eine Zigarette aus seiner Jagdtasche und zündet sie an. Ein bitterer Geruch füllt das Zimmer und das ist die ganze Geschichte, sagt er noch. Also haben Sie auch getötet. Ja, das sagen wir jetzt mal. Er nickt. Bevor wir über ernsthafte Sachen reden, ich dachte, Sie rauchen nur eine am Tag. Genau. Die hier. Und Sie sind alle tot, alle drei Sicherheitskräfte? DePaul ist als letztes gestorben. Er nickt. Ephrath hat ihre Leichtnahme für ein Begräbnis zu Krennell überführen lassen. Die Firma hat bisher keine Vergeltung geübt. Warum nicht? Weil wir sie abgeschreckt haben. Oder Joyce. Vielleicht ist der Hafen in komplett abgeriegeltem Zustand ein zu verlustreiches Ziel. Oder vielleicht, er atmet den Rauch ein und überlegt. Vielleicht wollen Sie auch nichts überstürzen und greifen bald an. Ich weiß es nicht. Wie viele Verluste hat es in den Reihen der Gewerkschaft gegeben? Insgesamt. Hier. Glenn, Theo, Angus der Dicke und... Nee, Angus der Dicke. Er hat eine Menge Kugeln abbekommen. Er machte eine Pause. Und auch Elisabeth. Elisabeth Beaufort war ihr Name, die Gärtnerin. Sie hat nicht überlebt. Nein. Sie ist verblutet, bevor Ephraths Mediziner etwas für sie tun konnten. Ephrath hat seinen Leibarzt geschickt, aber... Er schüttelt mit dem Kopf. Ein teurer Verlust für die Gewerkschaft. Sie wurde für die Führungsriege ausgebildet. Hätte ich Ihrem Anführer... Ich glaube, jetzt prahlen wir mal nicht hier. Hätte ich Ihrem Anführer die Theorie nur geschickter präsentiert. Eine Moral verlieren wir. Sie hatte nie eine Chance. Sie hätte gar nicht erst dort sein sollen. Es war unmöglich, diese Leute zu überzeugen. In diese Richtung solltest du nicht weiter nachdenken. Du bist zu kaputt, um Gespenstern nachzujagen. Und das ist... Du schließt das Thema ab. Alles, sagt Kim. Und nickt. Ein absolutes Desaster. Das ist eine Vollkatastrophe. Gar nicht so schlimm angesichts der Umstände. So wie ich das sehe, hätte es nicht besser laufen können. Ei, 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 ei. Tja, sind wir schon wieder soweit? Gar nicht so schlimm. Also, wenn wir wieder soweit sind und in unserem Hotelzimmer sitzen, müssen wir natürlich sagen, so wie ich das sehe, hätte es nicht besser laufen können. Seien wir ehrlich, Officer, und dafür sind wir beide verantwortlich, sagt er ruhig und ohne Vorwurf. Ein klein bisschen besser hätte es schon laufen können. Sieben Leute sind tot. Nicht zu vergessen, Ruby, sagt unser Innenleben. Aber was passiert ist, ist passiert. Der Gewalt ist Einhalt geboten worden. Die Hornissen haben es nicht in den Bienenstock geschafft. Er reibt sich sein geschwollenes Kinn. Das schlimmstmögliche Szenario ist nicht eingetreten. Noch nicht. Und? Er lächelt. Wir sind immer noch am Leben. Alle beide. Seine Raucherei, sein gekrümmter Rücken, dir ergeht es schlimmer, aber er hat eine ordentliche Abreibung bekommen. Diese Zigarette erfüllt einen medizinischen Zweck. Wie schlimm bin ich verletzt? Mehr oder weniger schlimm. Ihnen wurde in den linken Quadrizeps geschossen. Das ist ihr Oberschenkel. Glücklicherweise außenseitig. Ihre Hauptadern wurden verschont. Die Kugel wurde entfernt und ihre bakterielle Infektion mit Merkurochrom behandelt. Kann nicht laufen. Das werden wir sehen. Eines steht fest. Du wirst erstmal aufs Tanzen verzichten müssen. Aber auch humpelnd solltest du durchs Leben kommen, sagt unsere Gewandtheit. Sind sie verletzt? Fragen wir mal zuerst, bevor wir fragen, ob jemand aus unserem Revier hier war. Sind sie verletzt? Nur ein wenig. Er reibt sich das Kinn. Ich habe eine Gehirnerschütterung, weil mich diese Frau mit ihrem Waffenschaft geschlagen hat. Ich versuche mich nicht zu sehr zu bewegen. Wenn sie mich nicht gewarnt hätten, würde es jetzt schlechter um mich stehen. Er hält kurz inne. Danke dafür. Sie hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Dumm von mir. War jemand von meinem Revier hier, um mich zu besuchen? Nein. Ist das nicht eigenartig? Wirklich nicht. Gut, ich brauche sie nicht. Na komm. Gut, ich brauche die nicht. Ich habe mich nach dem Kampf bei ihrem Revier gemeldet. Die Verletzung wurde erfasst. Sie haben mir gesagt, dass sie Officers entsandt haben, die zu ihnen stoßen werden. Die zu ihnen stoßen werden. Merkwürdig. Sie haben aber niemanden gesehen, oder? Er hält kurz inne. Ich bin mir sicher, dass sie sich Sorgen um sie machen. Ach Kim, du bist so nett. Wir haben dich so schlecht behandelt die ganze Zeit. Wer hat mich behandelt, wenn nicht mein Revier? Ich war das. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Oh Mann, ey. Darf ich mal einmal, ich muss mal ganz kurz Danke sagen. Danke. Keine Ursache. Okay, wir stehen auf. Wenn wir es denn können. Wir probieren mal. Immer mit der Ruhe. Vor deinen Augen verschwimmt der Lieutenant wieder zu einem Doppelbild, ein orangener Farbfleck des Schmerzes. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Leg einfach nicht zu viel Gewicht auf dieses Bein. Dein Gleichgewichtssinn spottet jeder Beschreibung. Auf deinem wackeligen Bein fühlst du dich, als würdest du gleich vorn überfallen. Wie geht es Ihnen? Die richtige Antwort muss lauten. Der Lieutenant beobachtet dich dabei, wie du dich kaum auf den Beinen hältst. Er denkt, dass du dich wieder hinsetzen solltest. Los, rücken, gerade. Du setzt dich nirgendwo hin. Okay, ich kann das andere gar nicht mehr machen. Verdammt. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Schade. Okay. Wie geht es jetzt weiter, Kim? Ich weiß es wirklich nicht. Gut, denn ich weiß es genau. Ja, das werden wir so sagen. Ach ja? Denn wir können nicht mit Efra drehen. Der Hafen ist abgeriegelt. Alle, die sich dort befinden, sind jetzt außerhalb unserer Reichweite. Joyce ist auch weg, weil wir uns eingemischt haben. Sie denken nicht, dass es eine gute Idee war? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vielleicht war es auch gar keine so schlechte Idee. Irgendwo im Getriebe sitzt ein Stift, der Krenel davon abhält, eine Todesschwadron zu schicken. Er blickt zum Fenster hinaus. Vielleicht ist sie es. Vielleicht hat sie ihren Teil der Abmachung erfüllt. Ruby ist auf jeden Fall weg. Und Klaas ja auch. Wir hätten sie wirklich verhaften sollen, wissen Sie. Moment mal, Sie haben nachgesehen. Sie sehen, Sie ist wirklich. Garth hat mir bestätigt, dass sie 20 Minuten, bevor das Tribunal aufgetaucht ist, verschwunden ist. Wer war es dann, Kim? Wer hat den Gehengten auf dem Gewissen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Theorie, die Sie angestellt haben, dass es jemand anders gewesen sei, außerhalb des Kreises unserer Verdächtigen, war korrekt. Man kann es nur hoffen. Jeder innerhalb des Kreises ist entweder tot oder verschwunden. Ehrlich gesagt hat uns unsere Ermittlungen zu keinem einzigen echten Verdächtigen geführt. Seine Stimme ist ruhig und sachlich. Das kommt alles nur davon, dass ich la puta madres peone bin, oder? Die verfluchten Maiglöckchen, Kim. Die Blumen. Was ist mit dem Loch? Jemand hat ein Auge auf sie geworfen. Die gottverdammten Fußspuren. Es besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent, dass der Schuss aus der Ferne abgefeuert wurde. Eine altertümliche Kugel aus einer Bellemagraf. Wie schwierig kann es schon sein? Boah, neun Möglichkeiten. Ich fange mal oben an. Nein, ich fange an mit den verfluchten Maiglöckchen, Kim. Die Blumen. Was? Du ziehst die getrocknete Blume hervor. Beim Herausrupfen zerfällt sie in ihre Einzelteile. Das hier. Erinnern Sie sich? Es steht nicht jeder Mist in dieser Stadt mit dem Fall in Verbindung. Sie müssen nicht alles einstecken. Doch, Kim. Auch das wird damit in Verbindung stehen. Liebe Leute. Ich glaube, ich bin am Ende dieser Staffel angekommen. Ich werde hier jetzt aufhören und den Beginn der nächsten Staffel mit diesem Kram hier weitermachen. Denn wir stehen hier vor Kim. Er raucht eine. Und wir überlegen uns, wie es jetzt weitergeht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch allen fürs weitere Dabeisein. Das war mal eine richtig krasse Staffel, würde ich sagen. Und es könnte sein, dass die nächste Staffel auch die letzte Staffel wird. Wir werden sehen, was wir herausfinden. Bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020